Denk ist noch gut Alter Jo Leute was geht ab und willkommen zurück zu Happy Wheels Heute mit mir selber Ich bin voll allein So dann wollen wir loslegen Ich würde mal sagen Geben wir auf Optionen So da sind wir ja Oh ja Paluten Levels Darum erfreuen wir uns Paluten 55 Pogo Ich weiß nicht Paluten aber Ich kann es trotzdem machen Ja So Willkommen zu meinem ersten Pogo Level Es ist für Anfänger ziemlich schwer Aber es ist möglich Speck Jump So was gibt es Denk ist noch gut Alter Alter Meister Miyagi auf dem Pogos Digga Alter Yoga Meister Haha Nice Nice Ja man Nice Nein Nein Äh Stamm Hüppah Oha Wieso willst du dir das sagen Ich verstehe es gar nicht so 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 Ja Ja man Nice Richtig geil Nein 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 Ich dachte es wäre so schwer Alles gut alles Verdammt Ganz knappe Sache Ganz knappe Sache Das war natürlich Das war natürlich mehr Exakt gut Aber ich habe es Ich lebe noch Ho ho Ach scheiße Aber man merkt ich bin besser als vorher Leute ich würde sagen wir machen wir machen erst mal mit einem anderen Level weiter Man wird es vielleicht ich bin ein bisschen krank aber ich glaube das habe ich in der letzten Folge erwähnt So Ah kursausweg Ich würde sagen wir spielen mit dir Eindring nicht Somit es gibt es keinen Nachtisch Ah Familie und Ausflug Familie und Ausflug Ah Familie und Ausflug Kinder So 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 Auf uns Auf uns Auf uns Familie und Ausflug 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 Oha Ja kann man damit auch eine Rolle machen Komm schon mich eine Rolle machen Gott Schauen das wäre kacke Ich würde sagen wir machen es mal mit dem anderen So Mit dem Opa Manfred Aus dem Weg So Ich habe hier jetzt eine Rolle versuchen eine Rolle zu machen Sterbe ich Ne 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 Lä Boah, das war doch mal profimäßig. Oh, ich dachte gerade schon. Verdammt, ich sollte an dieser Stelle ein bisschen langsamer fahren. Jo, sorry Leute, wegen der kleinen Unterbrechung. Ich bin gleich wieder da. Da bin ich auch schon wieder. Sorry, wegen der kleinen Unterbrechung. Es gab technische Probleme. So. Jo. So, hast dich leer geschossen. Ja, Mann, ich feiere dieses Level irgendwie richtig hart. Boah, das ist gut gemacht. So, nein, 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 langsam. Ich lebe noch, ich lebe noch, ich habe gelebt. Verdammt. Letzter Versuche, letzte Chance, Leute. Ja, sauber. Oh, komm schon, komm schon. Komm schon. Oh, Leute. Eine ziemlich auf Tusa zu sterben, Leute. Ich würde sagen, machen wir gleich mal weiter. Mal, was passiert, wenn man ein Schlaf mit einem Namen taget... Es ändert seine Wall-Farbe, es bekommt eine Brille, ich würde sagen Wall-Farbe, so, oh, jo, das war nicht schlecht, das war nicht schlecht, so, ah, ah, so, danke fürs, für alles, tut mir leid, dass das Level so kurz ist, aber komm noch nicht ganz kurz, editor klar, jo, das war doch ganz gut das Level, würde ich mal sagen, also, fehl, anfangen. Für die einen oder anderen, die ihn gerade im Hintergrund gehört haben, das ist mein Vater, mein Daddy, der Boss, der Boss, Bergy7, Valorix.de, ja klar, wieso auch nicht, ne, oh, heute machen wir mal YouTuber Level, hi Bergy, wie geht es dir, bitte bewerten in Schulnoten, wait for screen, okay, so, wer hat, Mein Kampf dafür, drück und, so, wie macht man einen wo, drei Sticks, drei Faden, drei Sticks, drei Faden, ey, 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 so, jetzt kommt schon, jetzt kommt eine Scherzfrage, Wie heißt Palut, hier in YouTube, ich weiß nicht, Palut, oh, das ist cool, ich hab mal Rekord gebrochen, das ist cool, so, zum Schluss noch drei Flachwitze, Was fliegt nach oben? Was ist weiß und fliegt nach oben? Halt, die Schneeflocke, da war klar, Oh, 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 Diese YouTube Level sind uns, sind nicht gesund für uns, Was macht ein Pirat am Computer? Äh, drückt die Entertaste, Äh, Äh, Das regt nicht auf, Alter, was steht da? Was ist weiß und stört beim Essen? Ja, eine Lawine, Das ist schon schlimmer, als die Letzte, als die Witz, die ich beim letzten Mal erzählt habe, Ach, Also ich, 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 persönlich erzähl ja gerne Flachwitze, Aber selber, wenn ich hier Dings, wie heißt es, Selber, wenn ich hier erzähle, Warte, was? Warte, erzähl ich da für eine Scheiße? So, nochmal, Ich erzähle selber gerne Flachwitze, Aber wenn ich sie mir anhören muss von anderen, Dann geht mir das total auf den Sack, weil ich das total behindert finde. So, Paluten 500 Bubbles. Hey, Paluten, das ist mein zweites Level, Also bewertetze nicht so streng. Scroll. Wuhu. Okay. Ich schätze mal, das ist ein Dings Level. Also würde ich mal sagen, nehm ich den hier. Äh, ich muss mal rauskommen. Oh, 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 sauber. Oh, 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 oh. Ja, man, nice gemacht. Das war richtig nice. Also ich fand's, ich fand, das war ein richtig cooles Level. So, Leute, ich würde mal sagen, Heute machen wir mal Schluss. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Wenn ihr Lust auf mehr habt, dann abonniert mich doch. Link unten in der Videobeschreibung zu meinem Facebook-Account. Bis zum nächsten Mal.